Das Wochenende messen sich junge Spieler aus der ganzen Schweiz am Junioren Grand Prix zu schüren. Und das in den 3 Kategorien unter 10, 12 und 14. Der Bericht von Raphael Zwalle. Amin Alubaidi kann die wichtigen Punkte für sich entscheiden und liegt im ersten Satz schnell vor. Auf der anderen Seite des Nets spielt Blüm Steli. Er spielt seit einem Jahr Tennis und macht zum ersten Mal an einem Turnier mit. Sein Vorbild ist Stanislas Wawrinka. Vor allem seine Rückhand will drücken. Aber auch die Rückhand des 10-Jährigen wird immer besser. Trotz eines schwierigen Starts im Match verliert er den Mut nicht. Mein Ziel ist immer weiterzumachen und nicht aufzugeben. Immer wieder liefern sich die Buben schöne Ballwechsel. So wird das Idol Amin Alubaidi, Roger Federer. An ihm bewundert er seine Einstellung. Wie er spielt und nie aufgibt. Und was ist dein Ziel in Belize? Profi zu werden. Der Weg zum Profi ist für Amin Alubaidi noch lange. Aber mit seiner Erfahrung kann der Juli Biener sein Spiel spielen und gewinnt der Match gegen 15 beim Steli mit 6 zu 1, 6 zu 2. Nachdem. 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 Nachdem.